Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Heute werde ich eine in 30 Sekunden Haar-Dutt-Challenge machen. Also ich habe 30 Sekunden Zeit, muss dann ein Dutt machen. Die Bilder, die ihr hier gerade seht, sind von meinem Instagram-Account. Ich blende euch hier dann gleich ein, was ich da so, also wie ich heiße. Und ich hoffe, euch wird die Challenge gefallen, die ich euch jetzt gleich zeige. Und ja, also die dauert halt 30 Sekunden. Und mal schauen, ob ich es schaffe. Ich hoffe schon. Und, um, ja. 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 Und, um, ja.